Oh ne, da bin ich glaube ich zu langweilig. Ich bin halt Juristin. Mein Name ist Paula Hahn. Ich bin beim BDIW seit 2009, habe dort angefangen als Fachgebietsleiterin im Umweltrecht. Ich bin Juristin und seit 2015 leite ich die Rechtsabteilung beim BDIW mit einem großen Team. Also sicherlich die Kommunikation in alle Richtungen. Also ein tolles Team zu haben, von dem ich lernen darf, dem ich aber auch Dinge geben kann, eine Geschäftsführung zu haben, die uns inspiriert und uns Visionen und Ziele mit auf den Weg gibt und natürlich die Kollegen im Haus, die interdisziplinäre Arbeit miteinander. Ich würde sagen, aus Wasser entsteht Leben und die Energie brauchen wir für den Fortschritt. Und um als Gesellschaft besser zu werden, Wohlstand für alle zu generieren und das Ganze klimaneutral zu gestalten, ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber die ist schaffbar. Und der Geist im BDIW, dass das schaffbar ist, der trägt und motiviert sehr. Wir haben sehr viele Kämpfer-Naturen im Sinne von Menschen, die wirklich für die Tätigkeit, die sie hier ausüben, auch brennen und dann auch mit einer entsprechenden Kraft und Zielstrebigkeit sich einbringen. Wir haben sehr viele Kämpfer-Naturen im Sinne von Menschen, die sie hier ausüben, auch brennen, 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 auch brennen. Wir haben sehr viele Kämpfer-Naturen im Sinne von Menschen, die sie hier ausüben.